Entschleunigung eine Art Flucht aus dem normalen Alltag oder ein modernes Wort wie Burnout oder Work-Life-Balance Entschleunigung ist eine Liebeserklärung an die eigene Zeit ein Geschenk an die Seele Wie geht Entschleunigung? Ist es einfach nur mal innehalten, das Tempo drosseln und alles langsamer machen? Oder eher alles bewusster machen? Die Lust, eine innere Resonanz zu Menschen, Orten oder Situationen zu erfahren ist vielleicht der Schlüssel zur Entschleunigung Diese innere Resonanz, die uns wie ein unsichtbarer Faden mit dem was gerade hier und jetzt geschieht verbindet und wie ein sanfter Klang durch die Seele schwingt, führt uns zu der langsamen Dimension Hier finden wir die Tiefe des Moments und die wahre Verbundenheit mit dem was ist Wie wird es sein, was wir sehen, was wir sehen, wie wir sehen Wie verletzelle inadmacht Vielen Dank.